Flue mit großen Augen und sagte Nichts ist umsonst Kein Atemzug Kein Schritt Kein Wort Kein Schmerz Ein ewig dauerndes Wunder des einen Keine seiner Worte verstanden Erst später als der Schmerz zu mir kam Da hab ich verstanden, was er meinte Dass nichts von den grauenvollen Dingen, die uns widerfahren, umsonst sein soll Dass sie uns zu dem machen, was wir sind Dass aus ihnen all unsere Kraft entsteht Dein Schmerz hat dich gemacht, Helge Aber er hat keine Macht mehr über dich BOC BIN 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 Untertitelung des ZDF, 2020